Gestern Abend hat die Borussia den nächsten großen Europapokal-Abend erlebt. Das Ergebnis war dabei leider nicht so toll. Nach der 1-0-Führung durch Lars Stindl noch den Ausgleich zu kassieren, kann einen schon mal ärgern. Ja, natürlich sehr ärgerlich. Also heute auch nochmal deutlich ärgerlicher als morgen. Positiv war, dass wir dann den Punkt noch festgehalten haben und mitgenommen haben. Aber natürlich aufgrund des Spielverlaufes hatten wir das Spiel Mitte der zweiten Halbzeit gut unter Kontrolle. Und hatten dann auch eine Anzahl von frühen Ballgewinnen, dadurch eine Anzahl von guten Torchancen. Und da müssen wir halt leider eine von machen und dann kriegt der Gegner auch nicht nochmal die zweite Luft. Und das haben wir leider versäumt und deswegen ist natürlich dann in der Entstehung natürlich bitter. Besonders bitter ist das 1-1-unentschieden, weil die Fohlen über das gesamte Spiel die bessere Mannschaft waren. Wendepunkt im Spiel war der Elfmeter für die Schotten und die rote Karte für Julian Korb. So richtig einig, ob Karte und Foulpfiff gerechtfertigt war, waren sich die Mönchengladbacher nicht. Ich glaube, muss man ehrlich sagen, es ist ein Foul, aber keine rote Karte, weil der Winkel sehr spitz ist. Aber ein Elfmeter ist es, denke ich, schon. Wir kriegen dann eine doofe Situation gegen uns, die aus meiner Sicht, ich habe es noch nicht wiedergesehen, kein Elfmeter war. Kein Foul war es, rote Karte war es nicht. Ich habe es mir angewöhnt, Schiedsrichterentscheidungen zu respektieren, so wie sie sind. Du kannst es eh nicht ändern in den Situationen. Im Stadion selbst habe ich den Elfer so nicht wahrgenommen, jetzt in der Zeitlupe, ja, ist ein Elfer, die rote Karte finde ich deutlich zu hart. Oft wurde zuletzt auch die hohe Belastung thematisiert. Wie im Hinspiel zeigten die Fohlen gegen Glasgow aber eine engagierte Leistung. Von fehlender Kraft war nichts zu sehen. Auch körperlich ging es ja, man hat es gesehen, klar, einem fehlen irgendwo ein paar Körner, aber ich denke, wir haben es ganz gut aufgefangen heute. Wie gesagt, wir haben eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht, viele Teuer haben rausgespielt, das fehlt dann wirklich, das ist doch. In der Tabelle bleibt die Borussia auf dem dritten Platz vor Glasgow. Das Minimalziel ist also immer noch erreichbar. Ja, unser Ziel war es immer im europäischen Wettbewerb zu überwintern. Wir hatten mit Barca und Man City zwei absolute Topmannschaften in der Gruppe. Unser Ziel war es, diese direkten Duelle gegen Celtic uns durchzusetzen, uns dazu behaupten. Das haben wir getan, wir haben vier Punkte geholt, sind vor denen und werden versuchen, diesen dritten Platz mit aller Macht zu verteidigen. Und alles andere wird man sehen. Zwei Spieler, die dabei jetzt wieder helfen können, sind Thorgan Hazard und Raphael. Vor allem Hazard zeigte gegen Glasgow direkt wieder eine gute Leistung und bereitete sogar das 1 zu 0 vor. Das sind Spieler von absoluter Spitzenqualität, die tun jeder Mannschaft gut, vor allem uns. Wir haben zu einer Gefangenheit bewiesen, wie wichtig sie sind. Thorgan hat sich sehr gut eingefügt, hat sich gut in den Dienst der Mannschaft gestellt, aber darüber hinaus immer wieder seine Klasse aufblitzen lassen und natürlich das 1 zu 0 sensationell vorbereitet. Weil er aber auch als Raphael reingekommen ist, der hat direkt eine Aktion, wo er direkt das ganze Stadion mitnimmt. Und das sind dann die Spieler, die so Spiele halt entscheiden. Das nächste Spiel lässt jetzt nicht lange auf sich warten. Schon am Freitag geht es in der Bundesliga in Berlin weiter.